Willkommen in Borg in Grieskirchen. Have fun at our school. Bonjour Borg, Grieskirchen. Amusez-vous bien aujourd'hui. Hola, me llamo Paul. Bienvenidos all'Instituto de Borg. Selvete in Schola Nostra. Mihi nomen est Franziska. Benvenuti al Borg. Mi chiamo Tim e qui studio l'Italiano. Divertite-vi. Privet i da proprasciallavati Borg in Grieskirchen. Ja, willkommen am Borg in Grieskirchen. Am Tag der offenen Tür wuselte es wieder so richtig von interessierten Kindern in den Schulgängen. Denn genauso vielseitig wie die sprachliche Ausbildung gestalten sich hier nämlich auch die Ausbildungszweige. Im naturwissenschaftlichen Zweig lehren wir auch verstärkt Mathematik und ihren Einsatz in den Naturwissenschaften, aber auch praktischere Fächer wie Physik, Chemie, Biologie und können dann auch maturieren in diesen Fächern und sind natürlich dann bestens vorbereitet auf ein Medizinstudium oder ein naturwissenschaftliches oder Technikstudium. Learning by Doing steht in jedem Ausbildungszweig ganz oben auf der Liste. Wir haben zwei Musikzweige, den Instrumental- und den Schwerpunktmusikzweig. Und der Schwerpunktmusikzweig hat einfach mehr Musikstunden und der intensiver und da hat man dann die besten Voraussetzungen für ein Musikstudium. Was ich persönlich auch so super finde am Borg ist, dass man so eine Riesenauswahl in Instrumente hat von Klavier, Gitarre, sogar Vokal, Schlagzeug, Saxophon, Flöte, also eigentlich fast alles, was man sich vorstellen kann. Man kann sowohl von ganz von vorne anfangen, man kann aber genauso gut mit den Kenntnissen, die man hat, wieder einsteigen. Hier konnten sich die Schüler im wahrsten Sinne des Wortes selbst ein Bild vom Borg-Grisskirchen machen. Kreativität war gefragt. In der bildnerischen Erziehung beschäftigen wir uns viel mit künstlerischen Techniken, mit Malerei, mit Grafik, mit dreidimensionalen Gestalten, aber auch mit Foto und Film. Und es wäre gut, wenn ein Schüler, der zu uns kommen möchte, davor schon besonders gern zu Hause sich hinsetzt und extra noch zeichnet oder malt. Hier lernt man nicht nur für die Schule, sondern vor allem für das Leben. Ich studiere Lehramt auf Mathe und Biologie. Ich war eigentlich sehr gut vorbereitet, weil die Lehrer dir sehr viel beibringen und nicht nur die Fächer, sondern auch Geschichten von ähnere Zeiten erzählen. Und jetzt bin ich dann eben auf den Beruf Lehramt gekommen und das gefällt mir eigentlich sehr gut. Was man im Kopf hat, kann einem niemand nehmen. Und gerade Bildung, Ausbildung, eigene Meinung ist, glaube ich, das Wichtigste für einen jungen Menschen. Er ist nicht manipulierbar. Er fällt nicht auf alle Fake News und Facebook News hinein, sondern er macht sich selber eine Meinung und bildet sich eine. Und ich glaube, das ist ganz wichtig für unsere Gesellschaft. Und deshalb bin ich so froh, dass wir diese Einrichtung auch in Christkirchen haben. Wenn auch dein Interesse noch geweckt worden ist, dann heißt es jetzt aber schnell sein. Der Anmählezeitraum ist bei uns zwei Wochen nach den Semesterferien. Und zum Mitbringen ist auf jeden Fall das Semesterzeugnis, Geburtsurkunde, Staatsbürgerschaftsnachweis und das Zeugnis der dritten Klasse. Mehr Informationen dazu finden Sie auch unter www.borg-chrisskirchen.at Goodbye. Au revoir et à bientôt, Borg. Hasta pronto. Valete. Ciao. Espero que ci rivediamo. Travai.